Tommi, ich werde jetzt hier kein Kunststückchen vorfingern, sondern hier so ein Zirkustierchen. Ich schnapp euch doch auch nicht. Das sieht doch gar nicht ein. Hallo Kinder, wir haben zwei ganz schwierige Kunststücke eingeprobt. Der Tommi wird also hochspringen und Miau sagen. Sag doch mal Miau. Miau. Genau, gut gemacht. Und der Karl Friedrich wird auch hochspringen und wird Kikeriki sagen. Sag doch mal Kikeriki. Kikeriki. Sehr gut gemacht, sehr gut, sehr gut. Normalerweise gebe ich dann immer Leckerli, aber wir versuchen das ohne Leckerli. Also der Renni, das gibt es doch gar nicht. Was denkt der denn? Okay, pass mal auf Tommi. Dann würde ich sagen, springst du hoch und sagst Miau. Ja, natürlich, okay. Also, auf drei, eins, zwei, drei. Miau. Tommi. Miau. Tommi. Miau. Miau. Du solltest doch hochspringen. Jetzt hat der Tommi den Renni reingelegt. Du solltest doch hochspringen. Ja, das mache ich doch nicht. Wie, das machst du nicht? Ja, warum soll ich denn hochspringen? Miau. Ja, aber das haben wir doch eingeübt. Ja, und? Miau. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, gut. Schauen wir mal bei dem Karl Friedrich. Also, Karl Friedrich, du springst hoch und sagst Kikeriki. Der Karl Friedrich sollte sich auch nicht machen. Miau. Ja, warum denn? Also, Kinder, ihr müsst doch auch nicht alles machen, was man euch sagt. Nee, wenn euch irgendwas gut nicht vorkommt, das ihr machen sollt, dann geht erst mal zu euren Eltern. Tja, ihr müsst nicht immer alles machen, was man euch sagt. Gut, wir haben lange geübt und geprobt. Also, pass auf. Dann springst du jetzt hoch und wirst einfach mal ganz lockig, lockerflockig Kikeriki sagen. Also, der Danny, der glaubt wirklich, dass er ein Zirkusdonteur ist. Also gut, auf drei. Na gut. Und eins, zwei, drei. Mäh. Karl Friedrich. Karl Friedrich. Karl Friedrich. Was denn? Mäh-Geräusche und Miau-Geräusche, du bist doch ein Vogel. Ja, ist jetzt mal anders gelaufen, als der Danny dachte. Du solltest doch hochhüpfen und Kikeriki sagen. Also, Danny, du glaubst wirklich, dass die alles nachmachen, nur weil du geklaut hast, dass du mit uns was einreden kannst. Ja, aber wir haben doch extra geprobt. Ja, was denn geprobt? Glaubst du, die können, die müssen troden und so das zu machen.